Das war nie mein Ziel, Doctealer zu werden. Allerdings hatte ich genug kolumbianisches Marihuana nach England importiert, um jeden Bewohner der Insel high zu machen. Wie kommt ein Waliser Spinner wie du dazu, Hasch zu verkaufen? Ihr hättet weiter Straßenschilder malen sollen. Was war der Zweck Ihres Besuches? Das Studium wohl 200 Kräuter. Also, wie schnell kannst du Nordl schicken? Was zum Teufel ist Nordl? Streng deine Birne an. Wir benutzen Codes. Nordl steht für Haschisch. Was war's? Wir sollten auf den amerikanischen Markt gehen. Willkommen in Kalifornien. Du verkehrst in Kreisen, die wir nicht infiltrieren können. Bietest du mir an, als Spion zu arbeiten? Wir brauchen Leute, die uns Informationen beschaffen. Ich hab deinen Nordl. Jim! Ich hab... Ich hab... Ich konnte dich bis da drüben brüllen hören. Du hast den Kasten nicht eingeschaltet, Jim. Die IAA war hinter mir her. Howard, wieso hörst du nicht auf? Wie meinst du das? Die DEA. Gib mir mein Geld! Die Zoll- und Steuerbehörden. Verratet mich bitte nicht. Die Polizei. Ich bin nämlich auf der Flucht, wisst ihr? Ich war der meistgesuchte Mann Englands. Was kann ich für sie tun? Die schicken mich für 14 Jahre in den Knast. Ich werde warten.